Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simo Trans. Wir haben ja in der letzten Folge hier äh zack zack hallo 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 ne mag nicht unsere Fluglinie in Betrieb genommen und ja die ist jetzt schön auf dem Weg hier so unser Maschinchen ah Baum, super und ja und die ist jetzt unterwegs nach äh wie heißt die Stadt gleich nochmal Dresden glaube ich fliegt sie fett durch die Bäume geknallt jetzt auf dem Weg nach Dresden Hamm, Kassel Dresden Flughafen hier auch schön an der Stadt direkt fett warte mal ich könnte hier mal die Straße ein bisschen besser bauen weil die schaut ja so richtig gammelig aus so jetzt haben wir's wir haben ja hier unseren Flughafen auf dem Weg nach Dresden in der Straße draus äh, äh Bernd, Bleifoos Wupp, wupp, erreicht 935,9 äh, hä ne, Weltrekord heeey Wann kommt sie denn? Wo kommt sie denn angeflogen? Wann? Wie viele Leute stehen denn da? Gar keine. Wo kommt sie denn? Hallo? Na du? Hey du. Hallo? Schnucki? Wo bist du denn? Oh, was denn das hier? Ein Monument. Ein Buddha sozusagen. Ein Denkmal. Ach, ist da ein Unterschied? Ein Gewerbegebäude. Na was die da wohl treiben? Was machen wir denn hier zum Beispiel? Ein Acker. Ein Acker. Stadion Rugby. Oh. Ein Rugbystadion. Ey, wo ist denn mein Flieger? Ist denn der? Hallo Flieger? Ah, da kommt er. Ah, da landet er gerade. Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Da ist er. Die Maschine. Da rollt er, der Stabbahn. Holste runter. Die sind da eigentlich von dem Ding. Ein Handley Page V8B. Ja, so ein Ding hat es in echt gegeben. Ne, weißt du? So richtig Arschlag mäßig packt das Ding natürlich ganz weit weg vom Terminal. Kennen wir ja. Weißt du, dann fliegst du irgendwie mit irgendeinem Billigflieger irgendwo ans Arsch an den Arsch der Welt. Und was passiert dann? Ja, nee, ich muss quer durchs Ganze... Äh, Dinge rennen. Äh, äh, äh. Ich muss quer durchs Ganze... Nein! Nein! Fuck! Kruzzehnesen nummer ne. Oh, 80er Schiene, ne? Und dann musst du wieder quer durch die ganze... Äh, Pampa laufen. Damit du... Das Ding kriegst. Damit der wieder... Äh, ne? Damit du... Ja, wie sag ich da jetzt? Damit du... Oh, damit du dein... Äh, ich sag, bäh. Schwiebelbahn haben wir hier schön. Ich glaube, Schwiebelbahn ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also, Hagen Bahnhof. Äh, wenn ich hier noch ein paar Schwiebelbahn liegen im Bau, hab ich mir da immer hergenommen. Die hier, ne? Dürfte das gewesen sein. Ähm, hallo? Schwiebelbahn. Baust du dich denn mal da rüber? Ah. Schön mit der Schwiebelbahn da rüber gebaut. Die lassen wir dann mal da durchfahren. So. Und dann... Hier runter. Und dann... Hier runter. Und dann... Hier entlang. So. So. Zack, 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 zack. Kostet ja fast nichts. Deswegen können wir hier ruhig eine Schwiebelbahn bauen. Und dann fährt die... Hier weiter. Fährt dann hier... Eigentlich müsste ich ja jetzt den Ort umbenennen. In Wuppertal. So, dann baut die hier. Geht die dann wieder rüber. Geht dann hier runter. Und geht dann... Hier rüber. Da rüber. Und fährt dann wieder retour. Da nehm ich rüber. So. Und geht dann... Da wird da rüber. Hallo. So. Jetzt haben wir sie doch. Jetzt brauchen wir dann natürlich noch Bahnhöfe. 84.000. Moderner Schwiebelbahnbahnhof. Äh, war das der? Oder war das der andere? Das war schon der moderne Schwiebelbahnbahnhof, weil den anderen gibt es gar nicht. Dann haben wir nämlich hier. Schön einen Bahnhof hin. So. Schwiebelbahnbahnhof. Haken Hauptbahnhof. Nein. Dann bauen wir einen Stadtpark, bauen wir da auch eine Station. Da drüben bauen wir noch eine Station hin. Gut. Da ist es ein bisschen wenig sinnvoll. Da drüben bauen wir noch eine Station hin. Da hinten bauen wir noch eine Station hin. Ah, da kommt gerade wieder der Flieger. Und hier vorne bauen wir noch eine Station hin. So. Gut. Zack, und da landet er. Wusch, gelandet. So. Jetzt brauchen wir noch eine Schwiebelbahn. Ähm, Depot. Wir brauchen jetzt eine Schwiebelbahn. So. Du hast den Fahrplan. Du hältst als erstes hier. Hältst dann 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 hier. Und fährst wieder zurück. So. Das ist eine neue Linie. Starten. Warte, ich baue mir kurz. Das war es, denke ich, schon so. Da knallt wieder der Flieger durch. Jetzt haben wir hier wieder unsere Startbahn. Ja, unsere Spiegelbahn. Die hier wieder durchfährt. Und, ja, ne? Hier haben wir unsere Spiegelbahn, sozusagen. Äh, Hagen Hauptbahnhof. Die Haltestelle muss ich noch umbenennen. Das ist Hagen... ...Depot. Hagen Depot. Dann haben wir hier. Hier ist die Station. Solingen Rathaus Bahnhof. Äh, nein. Das ist nicht Solingen Rathaus Bahnhof. Das ist Solingen Stadtpark. Stadt. Park. So. Stadtpark. Das hier ist die Haltestelle Wasserwerk. Das passt. Das hier ist hoffentlich auch die... Ja. Wie ist die? Moschee. Hauptbahnhof. Und dann haben wir es eh wieder. So. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jetzt diese Eisbahnverbindung hier nicht mehr. Aber... Pff. Warum kann ich das hier eigentlich nicht verkaufen? Äh, was kann ich denn hier machen? Baum. U-Spannungsleitung. Markierung. Stopp verlegen. Das ist klar. Warte mal. Wenn ich jetzt hier auf... ...öffentlich Hand gehe... ...oh. Oh. Ah. 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 So geht das. Okay. Okay. Kann man denn da schön ist? Und die neue Stadt. Und auf Forsten. Road. Stattgebäude. Was können wir denn bauen? Ähm. Wirkt. Gibt's denn hier? Gibt's denn hier? Gibt's denn hier was Schönes? Im Hirtenweg. Mittelgroß. Äh. Äh. Wohnhaus. Ähm. Aha. 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 Großbaustelle. Okay. Na gut, ne? Also jetzt weiß ich auch, wie das geht. Das heißt, ich muss dazu den Spieler wechseln. So. Und dann kann ich das abreißen. Dann kann ich jetzt nämlich, warte mal, äh, abreißen. Das hier. Dann kann ich erstmal entfernen. Nein. Nicht die Schuhe. Nein. Nein. Oh. Ich halte mal kurz an. So. Ich will das Ding jetzt hier unten abreißen. Dann hier. So. Jetzt brauche ich eine Schwimelbahn wieder. Die Schwimelbahnstrecke. Muss ich jetzt wieder verbinden? So. Jetzt kann ich hier wieder die ganz normale Bahnstrecke verbinden. Weil ich die eigentlich nicht mehr bräuchte, aber ich baue die jetzt trotzdem mal wieder. Nein. So. Fertig. Ohne Route. Jetzt dürfte er eigentlich wieder eine Route finden. Äh. Warum? Warum? Ähm. Fahrt dann. Jetzt wohne ich den Hauptbahnhof. Warum fährst du nicht? Ah. Jetzt fährt er. So. Flughafen. Äh. Road Runway. Okay. Warte mal. Das ist ja der Flughafen Alt. Ich baue jetzt mal sozusagen ganz rapid. Ne, ich war. Ähm. Wir haben ja hier unsere... Unser Dingennetz. Unser, äh. Unser... Na. Unser Schwebebahnnetz. Jetzt machen wir das, glaube ich, mal einfach so, dass ich, äh, die Schwebebahn mal verlängere. Warte, ist das hier. Äh, Fackel der Erleuchtung. Oh, Fackel der Erleuchtung. Oh, Fackel der Erleuchtung. So. Jetzt haben wir hier hinten zum Beispiel. Kleine Brauerei. Wo haben wir denn eine Piree-destinierte Strecke? Fläche für den Flughafen. Da hinten wird auch schon flach. Das heißt, ich reise hier mal... Oh, scheiße, ich hab fast keine Kohle mehr. Ne. Das ist blöd, ne? Ähm. Finanzen. Äh. Einnahmen. Schneiden zwar, aber... Ähm. Bruttogewinn. Der ist am Arsch. Hä? Äh. 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 Kann ich mir denn hier irgendwo einen Kredit leiden? Ähm. Meldung mit Anzeigen? Nein. Äh. 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 Verwaltung, Linienverwaltung. Äh. Alle, warte, warte, wäh, 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 wäh. Ich hab mir doch hier wohl den Gottesnamen irgendwo... was holen können. Sonst wird nicht bald pleite. Ähm. Brauchspielerfahrer, Anzeige, Sound, Werde, Mission. Speichern, beenden, ein. Vorwerkzeuggelände verändern. Äh, hallo? Hilfe. Bildschirm, Foto. Was heißt Screenshot? Ähm. Geld. Geld. Geld, finanzen, da ist es doch. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha. Super. Wir sind am Arsch. Warum nimmt, warum nehme ich nichts ein? Dann frage ich mich, Listenverwaltung, Linienliste, die hier gewinnt. Äh, du, mach's keinen Gewinn, alle ausmustern. Oh, heh, heh, jetzt hab ich auch wieder ein bisschen Kohle. Ähm, Linie 5, du wirst auch ausgemustert. Okay. Alle ausmustern. Kann ich denn diese Linie hier löschen? Ähm, das ist die Buslinie, okay. Die macht auch Gewinn, die macht auch Gewinn. Du musst halt alle ausmustern, ne? Äh, Fahrzeug hier, zum Depot. Du wirst ausgemustert. Ähm, ja, passt. Dich, verkaufe ich. Äh, nein, warte, warte. Verkaufen, Lox, verkaufen. So. Und dann auch verlinien. Du machst Gewinn. Du machst auch, äh, Minus. Da haben wir die Linie hier. Die Linie löschen. Gut, das heißt, du wirst, äh, Gewinn. Äh, zum Depot. Du bist auch verkauft. So leid es mir tut, ich muss den Flieger verkaufen. Obwohl, warte mal. Ähm. So, starten. Du darfst weiterfahren von mir aus. So. Eigentlich kann ich ja das hier jetzt alles abreißen. Äh, aber das kostet mich, glaube ich, was. Das heißt, ich lasse es vorerst noch mal bestehen. Wer weiß, wofür ich diese Linie noch brauchen kann. Solingen Moschee. Das ist der Moschee. Warte mal, warte mal. Ähm, genau. Schwiebelbahn. Geht hier schön. Schwiebelbahn. 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 Okay. Okay. Das hier. Denk mal. Aha. Okay. Das hier. Aha. Fette Schwebebahn. Hier schön. Hier zu dem Bahnhof. Da muss man jetzt leider mit der Schwebebahn fahren. Denn es wird auch in Zukunft... Ich reise jetzt die Bahnstrecke einfach raus. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Platz kann ich brauchen. Ich muss hier die Schwebebahn wieder rein bauen. Weil sonst kackt mir der wieder ab. Dass er wieder keine Schwebebahn zur Verfügung hat. So. Jetzt kann ich weiter abreißen. So. 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 Hier gleich nochmal die große Schiene. Die 120er, ne? Die rüste ich gleich mal von hier hinten. Bis davor. Und dann hier raus. Und dann hier ran. So. Das heißt. Die Bahnstrecke ist weg. Und ich bin jetzt auch weg. Ich sag ciao mit Radau. Tschüss und bis denne.